Die drei neuen Sommer Edition von der Firma Franconia. Sogar eine vegan. Und dreimal die Woche gibt es neue Videos. Also lasst schon mal ein Abo da. Herzlich willkommen zu Supermarkt News. Heute stelle ich euch drei Artikel von der Firma Franconia vor. Und zwar die Sommer Edition. Und zwar einmal eine blonde vegan, eine Kokosnuss-Mandelschokolade, die vegan ist. Und zwei No Sugar Added, Coco Relax und Lemon Chill. Also, was erwartet es uns? Eine Kakaotafel mit Mandelpastel, Mandelstückchen und Kokosnussraspeln. Und hier sind die Nährwerte. Ihr seht, das ist ein Muster. Also nur nicht final. Aber ihr könnt rechnen, bei 100 Gramm sind es 569 Kalorien. Das ist die eine. Dann kommen wir zu der White Coconut mit Mandeln. Hier handelt es sich um eine weiße Schokolade mit Kokosnussraspeln, Mandeln und Mandelspaste. Mit Süßungsmittel, ohne Zuckerzusatz. Kalorien-Technisch sind wir hier bei 511. Und dann haben wir noch die letzte Sorte. White Lemon Summer Cookies. Weiße Schokolade mit Limonengeschmack und Mürbe-Gebäckstückchen. Also von der Sorte, ich bin so ein Zitronen-Fan. Ich hoffe, dass das richtig zitronig schmeckt. Und die Nährwerte sind hier 463. Wo bekommt ihr die alle drei? Im Moment bekommt ihr sie leider nur im Online-Shop bei Franconia. Verlinke ich euch unten mal. Und könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr Fans von Franconia seid. Die haben ja schon einige Artikel. Ich verlinke euch hier mal das letzte, was ich getestet habe. Ja, und jetzt beginnen wir mal mit der veganen Schokolade. Da hast du weiß eingepackt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Also, so sieht sie aus. Veganer Schokolade mit Kokosnuss. Riecht schon mal sehr, sehr nach Kokosnuss. Also, wenn man die Parfakung aufmacht, riecht das auf jeden Fall sehr intensiv. Jetzt holen wir sie mal komplett raus. Und jetzt gehen wir mal aufschneiden. So sieht sie von denen aus. Also, ihr seht auf jeden Fall die Mandelstücke. Und jetzt werden wir mal testen. Also, ich muss sagen, das überrascht mich jetzt echt sehr positiv. Das ist ja, wenn man bei einem Raffaello außenrum diese Kokosnussraspeln hat. Und so ist das alles, was da drin ist, schmeckt nach diesen Kokosnussraspeln. Und man hat diese Mandeln. Stückchen, die noch dazukommen. Und es sind richtig viele. Also, man kaut sehr lange. Ja, es ist super, eine super Schokolade. Dazu noch vegan. Ja, also es ist eher Mandeln und Kokosnuss als Schokolade. Und das finde ich richtig gut. So, kommen wir jetzt zu Nummer zwei. No sugar added white coconut mit Mandeln. Ist wahrscheinlich genau dasselbe, nur dass sie nicht vegan ist. Ist glutenfrei. Wir werden es aber auch mal auspacken. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, sind die Tafeln denn immer weiß verpackt? Oder ist das jetzt nur, weil das vielleicht Muster sind? Die sieht ähnlich aus. Jetzt auf dem ersten Blick komplett identisch aus. Gehen wir mal ins Aufschneiden. Und so sieht es hier von innen aus. Jetzt werden wir es mal testen. Hier muss ich ganz klar sagen, überwiegt die weiße Schokolade mehr. Jetzt ist es viel süßer, als jetzt die vegane Variante. Es ist aber von den Stücken, von den Kokosnussstücken und von den Mandelstücken gefühlt dasselbe. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich zu der veganen Sorte tendieren, weil die einfach nicht diesen intensiven weißen Schokoladengeschmack hat. Außer jemand mag das besonders, dann ist das natürlich genau die richtige Sorte. So, und jetzt kommen wir zu der letzten Sorte und jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Also mit Zitronenschokolade, gibt es eine Tritonenschokolade? Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wie groß die Stücke sind, schaut euch das mal an. Also das sind ja diese Mürbteigstücke, extrem groß. Das riecht schon sehr nach Zitrone. Oh ja, also hat einen intensiven Zitronengeruch. Wir gehen zum Aufschneiden und dann testen. Ich bin wirklich gespannt. Let's go. So sieht es von innen aus. Also richtige große Keksstücke. Also das sind sehr Mürbteigstücke. Und der Zitronengeruch, den hat man die ganze Zeit in der Nase. Und jetzt geht es mal zum Testen. Ich bin wirklich gespannt. Also ich habe mal probiert. Es ist jetzt nicht so extrem sauer, wie ich gedacht habe. Es ist auch so, dass die Zitronensäute bei der Inhaltsangabe die letzte Position hat. Aber es ist eine gute Kombination von diesem Teig. Also dieser Mürbteig ist so ähnlich wie Butterkeks. So ein sehr weicher Keks. Und dann kommt ab und zu mal so ein bisschen so eine Zitrone. So ein kleiner Zitronenkick. Kommt dann. Ob der jetzt in der Schokolade ist oder im Keks, konnte ich jetzt beim Testen nicht rausfinden. Aber es überwiegt leider so ein bisschen die weiße Schokolade. Das ist schade. Also die in vegan, also eine Kombination aus allen drei. Eine vegane mit diesem Lemon Chili. Das wäre am besten gewesen. Aber ich zeige euch jetzt alle drei nochmal. So, ich habe es jetzt alle drei nochmal für euch geholt. Also, das ist die vegane. Die ist auch dunkler als jetzt die anderen zwei Varianten. Also wer auf Kokosmandel steht und nicht so viel weiße Schokolade mag, für den ist auf jeden Fall die vegane was. Und wer ein bisschen Zitrone haben will, die. Aber entscheidet mal selber, welche ihr testen wollt. Ich verlinke euch den Shop. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Aufruf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Aufruf.